Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 13. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 459 und ich habe heute eine grosse Latte an Themen mitgebracht. OS 7, Samsung Tablet, Apple HomePod, neue iPhones, neue Apple Watches, Microsoft Authenticator, Plex Cloud, Forza Horizon, Nintendo Switch, Upload Filter und Inbox. Und ich würde doch gleich sagen, ich schlage los mit dem ersten Thema. Telegram. Für die einen ist es der sicherste Messenger, den es so gibt, für die anderen eben nicht ganz so. Und man hat ja in der Vergangenheit immer wieder mal ein bisschen was mitbekommen, dass der Messenger nicht ganz so, ja, funktioniert wie er sollte. Da gibt es ja bessere Alternativen in diesem Telegram. Telegram genauso IP-Adressen, Telefonnummern und so weiter an Sicherheitsbehörden weitergibt, wenn die dann da anklopfen und Terrorverdacht ausrufen. Eine weitere unschöne Entwicklung gibt es in Sachen Schweiz und Prag. Also nicht Schweiz, sondern Willisau und Prag. Da sind nämlich immer noch die zwei Nachbarn, die sich gegen das neue erweiterte Gebäude oder Logistikzentrum sträuben und nachdem, dass sie verloren haben in Luzern, geht das Ganze jetzt vor Bundesgericht. Und dann wundern sich die Leute, weshalb gewisse Firmen ins Ausland abwandern, respektive warum plötzlich die geblen. Sehr, sehr schade und unschön. Ich hoffe doch mal, dass ziemlich schnell das Ganze vorwärts geht und Prag da bald bauen kann. Somit natürlich auch vor Bundesgericht recht bekommt. Für all diejenigen Nutzer unter euch, die AVM-Modelle im Bereich Router-Modem-Geschichten bei sich zu Hause haben, gibt es eine tolle Neuigkeit, die beliebteste und wohl aktuell immer noch verbreiteste von den ganzen Fritzboxen, die Fritzbox 7490. Die habe ich noch bei meinen Eltern zu Hause im Einsatz. Die hat jetzt auch das Update auf die FritzOS Version 7.0 bekommen und somit auch die ganzen 77 Neuerungen, die eben in diesem neuen OS verbaut sind. Und ja, viel Spass damit. Wer eine solche im Einsatz hat, kann jetzt endlich updaten und auch von den neuesten Features profitieren. Weitere Modelle folgen noch in den nächsten Wochen, respektive Monaten. Auch im Thema Update ist man beim Samsung. Nachdem die Galaxy-Modelle der oberen Preisklasse jetzt zumindest alle, neben dem, dass sie schon vom Haus aus mit dem, ich sage nicht aktuellsten, aber dem letztjährigen Android 8.0, sprich Oreo, ausgestattet worden sind, kommen jetzt auch anscheinend die Einsteigermodelle dran. Es hagelt bald schon Updates. Ist zu hoffen und ich drücke euch mal die Daumen für all diejenigen, die ein solches besitzen. Dann war ja gestern Abend die Apple Keynote. Apple hat da einiges gezeigt und von Anfang an schon gesagt, es gibt heute zwei neue Produkte. Somit das erste oder ja, ganz zum Schluss gab es noch was drittes, nämlich eine Neuigkeit zum HomePod. Eigentlich nur eine ganz kurze Randnotiz. Neben dem, dass natürlich auch iOS und macOS Updates bekommen und die Apple Watch auf das neueste Betriebssystem und die TV-Geschichte eine Version höher springen, ist es auch beim HomePod so. Der kann in Zukunft auch neben Airplay und Stereo Speaker mehrfache Wecker einrichten und ein paar kleine Möglichkeiten plus auch Telefonate annehmen. Wer ein solches sein Eigen nennt oder zwei, darf sich auf jeden Fall freuen. Und dann hat Apple ja natürlich Hardware gezeigt. Zum einen ist es die Apple Watch Series 4, also die vierte Version mittlerweile. und die hat einiges, ja, die wurde ein bisschen aufgebohrt. Die wurde nämlich grösser, nämlich grösser. Von 38 Millimeter ging es, ähm, nee, umgekehrt. Doch, von 38 Millimeter ging es auf 40 Millimeter hoch und von 42 auf 44 Millimeter. Das heisst, ein bisschen mehr Screen ist da, ein bisschen mehr Batterie ist drin, die Lautsprecher sind grösser geworden, etc. Was da noch alles dabei ist, wir werden per Ende der Woche, gegen Ende der Woche, eine neue TikTok-News-Folge aufzeichnen in unserem Mutter-Podcast-Format. Und da werden wir euch dann die ganzen Dinge erzählen, weil aktuell sind natürlich noch ein paar Fragen offen, wie ich gelesen habe. Und das hoffe ich, stimmt auch wirklich. Die Armbänder von der alten Uhr sollen auch auf die neue passen. Das hoffe ich doch sehr, weil ich habe gerade circa zehn neue Stück bekommen und somit, ähm, ja, ist die Hoffnung gross, dass die News stimmt dazu. Neben den Apple Watches hat Apple natürlich auch iPhones vorgestellt. Zuerst waren das zwei an der Zahl. Das war das iPhone XS und das XS Max. Oder sprich mal das XS und XS Max aus. Auf jeden Fall kam dann noch ein One More iPhone hinten nach. Das iPhone XR oder XR. Da habe ich an der Keynote nicht ganz so aufgepasst, respektive meine Kinder ins Bett gebracht zu der Zeit. Aber auf jeden Fall tolle neue Smartphones mit neuen Kameras, mit neuen Prozessoren, die Apple wieder mal selber zusammengeklöppelt hat. Neu ist eine Dual-SIM und wie ich gehofft und auch, ja, insgeheim davon geträumt habe, neben, äh, nicht nur Dual-SIM, sondern auch e-SIM, um das Ganze zu erweitern, was viel mehr Sinn macht, als noch weiteren Plastikschrott in den Raum zu stellen. Aber auch da möchte ich dann in der, äh, ja, News-Folge Ende der Woche mehr darauf eingehen, wenn ich mehr Details dazu habe. Was mir auf jeden Fall gefällt, sind die neuen LCD-Modelle, also die RXR-Modelle mit den schönen neuen Farben, die da so mit dabei sind. Bei den XS geht es übrigens ab 1.199 Schweizer Franken bei 64 GB los und kann hochgehen bis, äh, ja, doch ein bisschen mehr. Genau, das XS Max beginnt bei 1.299 und angenehm, oder sagen wir angenehmer, in Anführungszeichen, für ein iPhone natürlich immer, geht es beim XR bei 879 Schweizer Franken, auch in der 64 GB Version, los. All die Geräte, wie immer, ab nächsten Freitag zum Vorbestellen und eine Woche später dann schon bei euch in zu Hause, äh, ja, zum Ausprobieren, zum Testen, zum Drumspielen und da was nutzen. Gehen wir aber weg von der Apple Keynote, weiter zu Microsoft, aber wir bleiben auf der Apple Watch, denn Microsoft hat, nachdem das Ganze nur für Beta getestet wurde oder für Beta-Tester möglich war, jetzt offiziell ausgerollt, ihre eigene Authenticator-App, der Microsoft Authenticator, unterstützt ab sofort auch die Apple Watch. Wenn wer den einsetzt für die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, der darf sich freuen, denn eben ab sofort geht das auch über die Watch. Eine sehr, sehr sinnvolle Erweiterung, wie ich finde. Dann gab es ein bisschen traurige Neuigkeit über die letzten, ja, ich glaube, das war ich schon gestern oder vorgestern mit drin, äh, in meinem Mail-Postfach. Ich habe es aber überlesen und dann erst heute wieder gesehen. Ja, Plex hat, äh, unschöne Neuigkeiten. Die Plex Cloud wird eingestellt. Das Ganze war rein rechnerisch und finanziell nicht mehr tragbar und somit wird das Ganze per Ende November 2018 eingestellt und, ähm, Alternativen werden da nicht zur Verfügung stehen, ausser man bastelt sich da natürlich was selber zurecht. Aber das Tolle oder die Neuigkeit, die tolle Neuigkeit daran ist, die Entwickler haben somit wieder mehr Energie und Zeit, die sie in die Hauptfunktionen von Plex Media Server und den Clients investieren können. Somit hoffen wir doch, dass wir da weiterhin ein schönes Media Center haben. Für alle Gamer unter euch zwei kleine News. Die Demo von Forza Horizon 4 steht zum Download bereit und ab dem 2. Oktober ist es soweit, dann kommt die Version für die Xbox One, oder Xbox generell besser gesagt, aber auch für den PC, also sogenannten Play Anywhere Titel, raus. Wer mag, kann sich die kaufen und kann dann auf beiden Plattformen spielen. Meiner einer möchte auf jeden Fall beide Plattformen abdecken. Und jetzt neu ist auch offiziell der Termin, da Nintendo hat es per Newsletter rausgelassen. Per 19. September startet Nintendo online und kostet im Vergleich zur Konkurrenz auch deutlich weniger, denn nämlich ab 3,99 Euro, Schweizer Preise habe ich gerade nicht griffbereit, startet das Ganze schon pro Monat. Und ja, dann eine kurze Schweigeminute oder beim so kurzen Format eine Schweigesekunde. Ja, die EU hat ihn beschlossen und darüber abgestimmt. Der Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht sind durchgegangen. Was für eine traurige Neuigkeit, nachdem wir vor kurzem auch hier in der Schweiz so eine ziemlich unschöne News in die Richtung hatten. Es hätte schöner werden können und ja, jetzt dürfen wir wahrscheinlich lange dagegen ankämpfen, dass es eben nicht ganz so kommt, wie es kommt. Und es gibt auch für alle Google Inbox-Nutzer eine traurige Neuigkeit. Ich glaube, Google hat hier die Apple Keynote genutzt damit, in der Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen untergeht unter den ganzen Apple News. Aber so ist es nicht, denn vor allem auch unter den Bloggern gibt es doch den einen oder anderen, der sehr, sehr grosser Fan ist von der Google Inbox-App. Und ja, die gibt es nicht mehr lang. Ab nächsten März wird das Ganze eingestellt. Die Überschneidungen mit dem Original-Gmail-App sind zu gross. Respektive, sie haben die meisten Features natürlich jetzt mittlerweile in Richtung Inbox gefeuert und somit rechtfertigt sich das Projekt nicht mehr. Schade, schade für all diejenigen, die es genutzt haben. Für alle anderen, ja, nichts passiert, aber dennoch unschön. Und ja, das waren es die News, die ich heute für euch bereit hatte. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder zuhört. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder. Euer Pogips. Hört mehr Geek Talk.